jetzt willkommen zu einer weiteren folge auf dem frischen marsch wir machen jetzt weiter mit der ernte auf feld 13 abfahrer arbeit aufschleißig also ansonsten machen wir das stroh weiter gras wird auch gerade gepresst die lageballen das sollte gut laufen der tor wieder ein bisschen leiser gemacht für die fahrzeuge schlägt er kaum aus ruhig drehen reifen heißt gerade wird das leert den david nicht vergessen auch nicht auspacken oder sollte heute noch fertig werden der folge der erste ist voll der zweiten anhänger wir werden uns auf längere sicht in richtigen kunden stroh sammeln und wagen kaufen und dann das stroh über core split recht verkaufen und sammeln verkaufen also wir brauchen auf jeden fall noch einen traktor dazu einen leistungsstarken traktor der auch mal ein bisschen schneller fahren kann mit 63 zum beispiel wir mal schauen wie der verkaufspreis ist für hopfen und rocken dann können wir auch einen verkaufskurs einfahren wir müssen so schnell hier die ernte also das stroh unterholen dann müssen wir da außer beginnen ich überlege auch ob ich die grasfelder einmal pflügen werde weil dann lässt sich doch ein bisschen mehr der ertrag steigern und wir können noch einmal fahren wieder lkw, so gar nicht nicht geräumt nicht geräumt glückerhaft glückerhaft tja da hängt noch fest ne so wir müssen ein bisschen mehr ausholen wir fahren riesigen lkw gut beim nächsten mal so aber innen ist die bessere sicht die die innen also das ist der die der hier das der wieder in der vorne wechseln im beden 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 So, darum geht's besser. So, müssen wir aber hinten anfangen, ne? Das ist ja egal. Nehmen wir gleich die nächste Reihe hier. Aktuell fährt einer Hopfen weg, Traktor. Der andere Traktor ist mit Düngen beschäftigt gewesen. Wäre er nicht frei, hat aber Pflegebereifung. Und der andere macht gerade jetzt Grasballenpressen. Grasballenpresse, das wird wir noch eine Weile brauchen. Blocking, das ist ja blockig normal bei Gras. Wenn er steht und entleert, dann blockig. Aber der Hopfen müsste bald der Abfahrer frei werden. Eigentlich. Und dann können wir den nehmen und gleich, hier die Aussage beginnt, Mischgetreide. So, wir werden es mal probieren. Mal rein, warum wir fahren? Na komm. Ran am zweiten, dann leg auf. Na, das mal nicht. Kein zweites, drittes mal nicht. Wenn man nach vorne auflegt, ist das nicht so schlimm. Dann wird der gleich weggenommen. Und dann soll. Im hinteren nicht der Fall. Ich bin noch einmal fahren. Ah. Wie gesagt, ich brauche einen großen Ladewagen und einen starken Traktor. Und Felder. Oh, und Felder. Brauchen wir viel Geld. Sehr viel Geld. Man könnte ja für die Felder wieder ein Darlehen aufnehmen, ne? Ich habe ja nicht viel Schulden, das ist aber nicht viel. So. Gehen wir nach vorne. Also eine Vorräume noch voll. Wenn ein paar Ballen übrig bleiben, die können wir ja drauf behalten. Wahnsinn, wie Zeit der geht da auch wieder. Ich weiß gar nicht, was ich da eingesetzt habe. Können wir ja mal schauen. Mal schauen, ob ich heute alle sieben Folgen schaffe. Glaube ich eher nicht. Dann würde ich den Rest behaupten. Dann würde ich den Rest behaupten. Lassen wir den Lkw mal stehen. Verschwecken, Rüsten. Ich kriege alles drauf. Das ist super. Zwei Ballen bleiben frei. So. So. Ich hab ihn noch stehen lassen. Abfahrer war nicht ganz böge So, Zeit, 3, 10 Da hätten wir den Durchsage können, ne? jetzt wird er abfahren wir los mein aber auch das ist cosplay jetzt verzweifeln nicht so einfach das war ja das gleiche nochmal Das war's. 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 And I got to see. tschaui